hallo zusammen ja heute suche ich mir mal wieder ein bequemes plätzchen und dort erkläre ich euch dann die neueste challenge ja vielleicht nehme ich doch einfach gleich mal das hier oder ja ne ist ein bisschen zu staubig hier ein bisschen zu dreckig gehen wir weiter ja ja ist ja ganz nett aber ja ich weiß nicht ich suche mal noch kurz weiter das ist aber kalt hier ist da kann ich bleiben da will ich ein bisschen ein wärmeres plätzchen haben ja schöner strand schöne atmosphäre hier kann ich mir gemütlich machen ich glaube hier bleibe ich ein weilchen und währenddessen erkläre ich euch dann gleich mal die neueste challenge hallo und herzlich willkommen mein name ist chris und das ist die neue challenge die ich euch heute vorstellen möchte bei der ihr natürlich wieder alle ganz recht herzlich eingeladen seid es hat ja wieder unglaublich lange gedauert aber jetzt ist sie ja endlich wieder da das motto der neuen challenge lautet wer kämmt fliegt nicht denn ausnahmsweise ist es mal erlaubt ja sogar erwünscht eigentlich will es ja auch irgendwie jeder dann doch ab und an mal so ein bisschen ab zu campen und ich habe ja selbst schon so ein paar tipps gegeben in einem video von mir mal wie man so der bessere camper wird beziehungsweise die grundlagen tipps erklärt was einen guten camper so ausmacht aber natürlich sind camper dann doch eher unbeliebt wenn man es jetzt dauernd mit denen zu tun hat und wenn jemand so das ganze spiel über einer ecke legt will das natürlich auch keiner machen deshalb macht es nur für diese challenge ausführlich und danach liegt es dann wieder in die ecke und spielt wieder richtig richtig mit action also wie lauten die regeln dieser neuen camper challenge ziel ist es die meisten kills zu erreichen dabei habt ihr jede menge freiheiten die ihr sicherlich auch auf kreative weise ausnutzen könnt und zwar könnt ihr euch die klasse mit der ihr spielen wollt völlig frei auswählen ihr habt da komplette selbst auswahl dann könnt ihr euch natürlich auch die waffe komplett selbst auswählen eine freie waffenwahl ist es also dazu kommen noch die gadgets sind auch komplett frei könnt ihr euch auch selbst aussuchen was da vielleicht am besten geeignet ist genauso wie die sekundärwaffe und alles equipment alle einstellungen sind komplett frei aber es kommt noch mehr noch mehr freie auswahl und zwar könnt ihr auch die map komplett selbst bestimmen ihr habt eine spieleranzahl die nicht beschränkt ist ihr könnt mit 8 mit 16 oder mit 64 spielen und der spielmodus ist auch frei allerdings naja wer in capture the flag campen will da würde ich mir dann schon gedanken machen außerdem ist es natürlich auch völlig freigestellt ob man in normal oder hardcore spielt vielleicht hat ja sogar hardcore so ein paar vorteile wenn man das entsprechend anstellt und darauf die taktik legt könnte ja sein könnte ich mir vorstellen dann zu den einschränkungen dies natürlich auch ein paar geben muss sonst wäre das ganze ja hier ein bisschen zu einfach ne einfach nur die meisten kills in irgendwie abcampen nein 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 man muss liegen und zwar die gesamte zeit über also kills zählen ausschließlich dann wenn man liegt und man darf zwischen den kills auch nicht aufstehen das ist ganz wichtig also vom ersten bis zum letzten kill der killstreak liegen bleiben griechen ist allerdings erlaubt also man darf sich schon bewegen man darf nur nicht in die hocke oder aufstehen gehen so sterben ist natürlich verboten das würde die killstreak unterbrechen auch wenn man revived wird das ist ein death das zählt nicht man darf dann nicht weiterspielen was allerdings erlaubt ist sind midi packs oder muni packs die von anderen spieler hingeworfen werden das ist durchaus erlaubt und kann auch genutzt werden so jetzt die wichtigste einschränkung das ganze geht nur drei minuten das bedeutet du kannst zwar drei stunden spielen und nimmst dann daraus einfach die drei minuten die am besten funktioniert haben und am zusammenhängen zusammenhängen funktioniert haben das geht natürlich aber es zählen nur drei minuten du kannst also die besten drei minuten aus seinem camper gameplay nehmen also alle regeln sind natürlich noch mal ganz klar aufgelistet hier in der video beschreibung unter diesem video wenn das jetzt ein bisschen zu schnell ging oder du man noch mal was nachschauen willst gar kein problem wenn ich irgendwas vergessen habe dann fragt das am besten in den kommentaren auch wenn sonst irgendwie was unklar ist könnt ihr das natürlich gerne in den kommentaren nachfragen was noch ganz wichtig ist ihr müsst in eurem video dann natürlich angeben wie viele kills ihr geschafft habt und am besten macht ihr noch irgendwie kenntlich dass es auch tatsächlich in drei minuten passiert ist in diesen drei minuten könnt ihr natürlich das video bearbeiten in welcher weise auch immer ihr wollt ihr könnt das kommentieren etc 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 das einzige was ihr natürlich nicht machen könnt ist hier irgendwie die geschwindigkeit zu verändern denn dann kann man natürlich nicht mehr nachvollziehen ob das auch wirklich drei minuten waren so aber was ist jetzt eigentlich so schwierig daran also es ist ja nicht so kompliziert sich irgendwo auf dem boden zu knallen und sich da ein abzukämpfen und dann einfach fröhlich in die menge zu schießen sondern es ist auch die aufgabe sich einen besonders guten spot zu suchen das heißt man sollte ein bisschen geschick haben und die maps auch ein bisschen kennen denn wer die maps gut kennt und den richtigen spot findet der hat natürlich einen enormen vorteil außerdem und das ist die zweite aufgabe der die darin irgendwie so ein bisschen versteckt ist ist dass man sich das entsprechende equipment zurecht legt und vielleicht das ein oder andere ein bisschen ausprobiert mit was man besser fährt ja es kann ja sein dass es ein mgs könnte aber theoretisch auch eine andere waffe von vorteil sein theoretisch könnt ihr ja sogar mit c4 arbeiten da ihr euch aber nicht aufrichten dürft weiß ich nicht ob das so gut funktioniert aber da bin ich natürlich dann sehr gespannt und genau das könnte zum beispiel auch ein commentary thema dazu sein wie kann man das am besten bewältigen oder viel besser warum habt ihr genau dieses setup gewählt und was für eure strategie um hier besonders gute ergebnisse zu erreichen da bin ich natürlich sehr gespannt was ihr mir da präsentieren werdet was ihr allen zuschauern präsentieren werdet und das werden wir natürlich dann auch sobald die challenge vorbei ist entsprechend auswerten und alles nachschauen also mitmachen ist wie immer ganz simpel für alle du machst einfach dein video letztes bei dir hoch und stellst dann eine video antwort auf dieses video der einzelne schluss für die challenge videos ist der 30 juni 2013 hast also über zwei wochen zeit ich denke mal das sollte auch für den ja für den trägsten camper ausreichen um so ein video zu machen danach werde ich natürlich wieder alle antworten begutachten und die gewinner sowie die besten videos nach verschiedenen kriterien ausführlich vorstellen und auf euch natürlich ausreichend verlinken in allen erdenklichen möglichkeiten und der gewinner kommt natürlich auch wieder in die kanal verlinkungen auf meinem kanal so wenn noch fragen offen sind wie gesagt beantworte ich natürlich alles super gerne in den kommentaren ich bin gespannt was ihr für videos an den start bringt also los stürzt dich ins battlefield und ich bin ja auch schon dabei mir einen gewaltig abzukämpfen ich wünsche euch noch eine tolle woche tolle zwei wochen und wir sehen uns wieder euer chris ciao und